Mike, herzlich willkommen zum Geburtstag von Papa und Mama. Mach auf! Dann kommt der Hauptgang! Schaut auf! Heiß auf! Dann kommt der Hauptgang! Soll ich die auch machen? Nein, nein, nein! Ah! 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 Du bekommst eine Frau, die hat schon geheiratet, aber ohne dich. Willst du mal geheiratet? So ein Bild von mir! Ja! Nein! Ja! Willst du mich heißen? Ja, aber ich nicht. Endlich, es geht auf! Endlich! Aha, aber jetzt... Ein Ring! Ein Ring! Ich hab's doch gewusst, was steht da drauf? Oh Mann, ist das wirklich so dumm! Es ist ein Sohlerring! Mein Gott, ich will doch nicht einragen! Ein Sohlerring, guck richtig! Was steht drauf? Wenn mir das steht, Papa? Nein! Papa? Das ist der Original Ring vom Herr der Ringe. Von kleinen Hobbit. Ja! Ja, der benutzt wurde auch noch! Nein! Das ist von einem Flass geholt, das ist richtig! Er passt nicht! Ich bin reich! Der ist von Herr der Ringe! Von Herr der Ringe! Wie cool! Heiko, da steht das drauf! Nein! Nimm ihn mal ab! Aber ich kann lesen! Nein! Ist es der von Gollum? Nein! 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 Ich bin Gollum! Ich bin Gollum! Du könnt nicht mich nicht sehen! Mini imp Lacbook! Es ist das Erbisch war da drauf! Nein! Mir für's Prezi! Du kannst nachgehen! Hast du davonlayerklären?